In einer Organisation gibt es Menschen in verschiedenen Rollen, die sich mit OKR beschäftigen. Oft sieht man, dass ein Ziel das Objective von einem Manager formuliert wird. Die Umsetzung der Key Results wird von Menschen in einer anderen Rolle gemacht. Das Team Zu guter Letzt ist die wichtigste Frage, die man sich bei OKR stellen muss, folgende. Wer profitiert, wenn das Ziel erreicht wird? Nahrung handelt.